Die Kampagne von David Baldacci. Es liest Achim Buch. Prolog Dick, ich brauche einen Krieg. Nun, da sind Sie wie immer zum richtigen Mann gekommen, Mr. Creel. Es wird kein gewöhnlicher Konflikt sein. Ich erwarte auch nichts Gewöhnliches von Ihnen. Aber Sie müssen es verkaufen. Sie müssen dafür sorgen, dass Sie glauben, Dick. Ich kann Sie alles glauben machen. Um genau 0 Uhr Weltzeit, um Mitternacht Greenwich Time, erschien das Bild eines gefolterten Mannes auf der beliebtesten Website der Welt. Die ersten sechs Worte des Mannes sollten jedem, der sie hörte, für immer im Gedächtnis bleiben. Ich bin tot. Ich wurde ermordet. Er sprach russisch. Doch auf Tastendruck wurde seine tragische Geschichte in den verschiedensten Sprachen untertitelt. Die russische Geheimpolizei hatte das Geständnis des Landesverrats aus dem Mann und seiner Familie herausgeprügelt. Dann aber war ihm die Flucht gelungen und er hatte dieses krude Video aufgenommen. Wer immer die Kamera bedient hatte, war entweder zu Tode verängstigt oder betrunken oder beides gewesen, denn das körnige Bild zitterte alle paar Sekunden. Wenn dieses Video veröffentlicht worden sei, erklärte der Mann weiter, sei er von den Häschern der Regierung längst gefasst worden und bereits tot. Sein Verbrechen? Das Verlangen nach Freiheit. Es gibt Zehntausende wie mich, verkündete er der Welt. Ihre Knochen bleichen in der Tundra Sibiriens oder vermodern in den tiefen Wassern des Balkaschsees in Kasachstan. Bald schon werden sie Beweise dafür sehen. Nun, da ich tot bin, werden andere den Kampf fortführen. Während die Welt sich viel zu lange auf Osama Bin Laden konzentriert habe, führte der Mann weiter aus, sei das alte Böse zurückgekehrt, das eine um ein Vielfaches größere Zerstörungskraft besitze als sämtliche islamische Renegaten zusammen. Und es sei tödlicher denn je. Es ist an der Zeit, dass die Welt die ganze Wahrheit erfährt, rief er in die Kamera und brach in Tränen aus. Mein Name ist Konstantin. Wahr, Konstantin, verbesserte er sich. Für mich und meine Familie ist es zu spät. Wir alle sind tot. Meine Frau, meine drei Kinder, tot. Vergesst mich nicht. Und vergesst auch nicht, warum ich gestorben bin. Sorgt dafür, dass unser Tod nicht umsonst war. Als Bild und Stimme ausgeblendet wurden, erschien ein Atompilz auf den Monitoren. Unter diesem schrecklichen Bild standen die düsteren Sätze erst das russische Volk, dann der Rest der Welt. Können wir uns erlauben, zu warten? Die Spezialeffekte waren amateurhaft. Doch das kümmerte niemanden. Konstantin und seine Familie hatten ihr Opfer gebracht, damit der Rest der Welt die Chance auf ein Überleben hatte. Der Erste, der dieses Video zu Gesicht bekam, ein Computerprogrammierer in Houston, war wie vor den Kopf geschlagen. Per E-Mail schickte er die Datei an 20 Personen auf seiner Friends-List. Eine Französin war die nächste, die das Video zu sehen bekam, nur wenige Sekunden später. Unter Tränen schickte sie es an 50 Freunde weiter. Nummer drei war ein Südafrikaner. Er war so aufgeregt, dass er zuerst die BBC anrief und die Datei dann an 800 seiner engsten Freunde im Web verschickte. Nummer vier war ein norwegisches Mädchen, das sich das Video voller Entsetzen anschaute und es dann an jeden meldte, den es kannte. Die nächsten tausend Personen, die sich das Video anschauten, lebten in 19 verschiedenen Staaten und leiteten es an durchschnittlich 30 Freunde weiter, die es wiederum mit Dutzenden weiterer Freunde teilten. Was als digitaler Regentropfen im Meer des Internets begonnen hatte, schwoll binnen kürzester Zeit zu einem Tsunami aus Pixeln und Bytes von der Größe eines Kontinents an. Wie eine sich rasch verbreitende Katastrophenmeldung löste das Video weltweit einen Sturm aus, wanderte von Block zu Block, von Chatroom zu Chatroom, von E-Mail-Postfach zu E-Mail-Postfach, wobei die Geschichte wucherte und sich veränderte, je öfter sie neu erzählt wurde. Die Gefahr, von blutrünstigen Russen überrannt zu werden, war bald allgegenwärtig. Drei Tage nach Konstantins beängstigender Botschaft kannte die ganze Welt seinen Namen. Darunter viele Menschen, die weder den Namen des amerikanischen Präsidenten noch den des Papstes wussten. Aus den E-Mails, Blogs und Chatrooms gelangte die Geschichte zu den Zeitungen, von Revolverblättern bis hin zu namhaften Zeitungen vom Kaliber einer New York Times, eines Wall Street Journal und anderer führender Tageszeitungen in aller Welt. Fast gleichzeitig geriet die Story in den globalen Fernsehkreislauf, von der ARD in Deutschland bis hin zur BBC und den ABC News. Sogar das chinesische Staatsfernsehen verkündete den möglichen Beginn der Apokalypse. Der Ruf »Vergässt Konstantin nicht« erklang auf sämtlichen Kontinenten. »Binnen kurzer Zeit« war die Geschichte fest im kollektiven Bewusstsein der Welt verankert. Die russische Regierung jedoch bestritt sie vehement. Präsident Gorschkow trat vor die versammelte Weltpresse und erklärte, die Geschichte sei nichts als eine perfide Lüge. Er werde schlagende Beweise vorlegen, dass eine Person wie Konstantin nie existiert habe. Natürlich gab es auch Skeptiker, die ernste Zweifel daran hegten, wer Konstantin wirklich war und wen er und sein Video eigentlich repräsentierten. Diese Leute hätten den Toten und seine Geschichte gerne unter die Lupe genommen. Doch wie viele andere auch, hatten sie im Grunde schon alles gehört, was sie hören mussten, um zu einem Schluss zu gelangen. So sollte die Welt nie erfahren, dass Konstantin in Wahrheit ein angehender Schauspieler aus Litauen war. Seine Wunden und sein ausgezehrtes Äußeres waren das Ergebnis geschickten Make-ups und professioneller Beleuchtung. Nach dem Dreh hatte er die Kostümierung abgelegt und ausgerechnet im russischen Teehaus in der 57. Straße in New York zu Mittag gegessen. Bezahlt hatte er mit ein paar Scheinen von den 50.000 Dollar, die er für den Dreh bekommen hatte. Da er ein dunkelhäutiger, gut aussehender Bursche war und überdies Spanisch sprach, war sein nächstes Ziel, eine Rolle in einer lateinamerikanischen Seifenoper zu ergattern. Gleichzeitig würde die Welt nie wieder dieselbe sein. Nicholas Creel leerte in Ruhe sein Glas Bombay Sapphire mit Tonic und zog sein Jackett an, ehe er sich zum Helikopter fahren ließ. Als er während des kurzen Fluges über den Hudson nach Jersey aus dem Hubschrauberfenster blickte, erinnerten ihn die Wolkenkratzer daran, wie weit er es gebracht hatte. Creel war in West-Texas geboren, in einem Gebiet, das so groß und so dünn besiedelt war, dass die Menschen, die diese schier endlose Weite ihrer Heimat nannten, kaum einmal einen Gedanken daran verschwendeten, dass es noch andere Orte auf der Welt gab, an denen man existieren konnte. Creel hatte genau ein Jahr seines Lebens im Lone Star State verbracht, ehe er mit seinem Vater, einem Army Sergeant, auf die Philippinen gezogen war. Von dort war es dann in rascher Folge in sieben andere Länder gegangen, bis Creel Senior schließlich in Korea stationiert wurde, wo er kurz darauf bei einer Explosion ums Leben kam. Ein tragischer Unglücksfall, wie die Army es nannte. Nicholas besuchte das College und machte einen Abschluss als Ingenieur. Anschließend kratzte er das Geld für einen MBA-Studiengang zusammen, gab jedoch nach sechs Monaten auf und beschloss stattdessen, sich seine Sporen im Berufsleben zu verdienen. Die einzige wertvolle Lektion, die sein Vater, der Berufssoldat, ihn gelehrt hatte, lautete, das Pentagon kauft mehr Waffen als jeder andere auf der Welt und zahlt viel zu viel dafür. Tatsächlich verfügten die USA über das größte Sparschwein der Welt. Und es war ein verdammt gutes Geschäft, wie Creel rasch herausfand. Man konnte dem US-Militär problemlos Toiletten für 12.000 und Hämmer für 9.000 Dollar verkaufen und kam dank diverser juristischer Tricks sogar damit durch. So hatte Nicholas Creel die nächsten Jahre damit verbracht, das aufzubauen, was inzwischen der größte Rüstungskonzern der Welt geworden war, die Ares Corporation. Lord Forbes stand Creel mit einem Privatvermögen von mehr als 20 Milliarden Dollar auf Platz 14 der reichsten Männer der Welt. Er nannte unter anderem eine Yacht mit Namen Shiloh sein Eigen, benannt nach jenem Ort, an dem eine der blutigsten Schlachten des amerikanischen Bürgerkriegs getobt hatte. Creels verstorbene Mutter war eine gebürtige Griechin gewesen, eine temperamentvolle und ehrgeizige Frau. Diese Eigenschaften und ihr gutes Aussehen hatte Creel von ihr geerbt. Nachdem sein Vater in Korea bei einem Unfall gestorben war, hatte Mrs. Creel einen Mann geheiratet, der ein gutes Stück höher auf der sozioökonomischen Leiter stand. Nikolaus war von seinem Stiefvater von seinem Stiefvater